Hey Leute, Renault und ich beantworten zusammen die wichtigsten und auch die lustigsten Fragen zur Elektromobilität. Weil die Frage für dieses Video, die ist fast ein bisschen magisch, ja, hat aber auch eine wirklich gute Antwort. Und zwar, können sich Elektroautos von alleine aufladen? Hey Alex, wusst du, dass ich mich von alleine aufladen kann? Hä? Wie soll das denn gehen? Na, durch Rekuperation. Tausend Dank für dieses absolut geniale Gespräch, liebe Außenreporter Alex. Und ich habe auch noch gehört, dass du nachher ein kleines Experiment auf dem Berg für uns vorbereitet hast. Okay, aber ich will jetzt einmal über Rekuperation sprechen, weil es wirklich eine geniale Sache ist. Überlegen wir uns mal, was passiert, wenn ein Auto mit Verbrennungsmotor bremst. Also an der Bremse wird über Reibung die Bewegungsenergie in Wärmeenergie umgewandelt und die verpufft dann, aber das Auto ist immerhin stehen geblieben. So, das Elektroauto schafft das Ganze elegante, weil ihm der Elektromotor seine Funktionsweise auch umdrehen kann. Normalerweise nimmt der Elektromotor ja die Energie aus dem Akku und treibt dann mit das Auto voran. Er kann aber auch als Generator arbeiten und die Bewegungsenergie zurück in elektrischen Strom wandeln und das Auto wird eben so langsamer. Und im Akku kommt mehr Energie an, als es vor dem Bremsmanöver da war. Absolut geniales Konzept, weil es eben die Reichweite erhöht und das kann eben kein Verbrenner so, ne? Wir schauen es mal in der Praxis an. Check it out. Hier im rechten Instrument vor mir sehe ich, was mit der Energie hier passiert. Wenn ich jetzt beschleunige, wenn ich auf Strompedal gehe, dann sehe ich eben, da geht Energie raus. Wenn ich jetzt aber vom Strompedal gehe, dann passiert eben das Tolle, das Auto fängt an zu rekuperieren. Ich verzögere also, werde langsamer und die Energie verpufft nicht einfach in Wärme, sondern lädt sich hier wieder in den Akku rein. Und besonders cool ist, wenn du abbiegst, weil du dann eben die Bremse eigentlich gar nicht brauchst. Also fährst du eigentlich nur mit dem rechten Fuß auf dem Strompedal. Jetzt time ich das gut, gehe runter, Auto verzögert ein bisschen. Ich komme gut um die Kurve und beschleunige wieder und habe diese Kurve eben maximal effizient gefahren. Zeit fürs Experiment. Oben vom Berg aus geht es jetzt kurvig einige Kilometer bergab. Da muss man auf jeden Fall auch bremsen. Was aber auch wieder Potenzial für Rekuperieren bedeuten würde, oder? Wir probieren es aus. Bei den ganzen Fahrzeugen vor mir glühen wahrscheinlich schon die Bremsen. Ich habe noch nicht einmal auf die mechanische Bremse drücken müssen. Du hast Rekuperieren, bremst das Auto eben schön, ein bisschen ab in der Kurve. Und so schone ich natürlich auch die Bremsen und dementsprechend halten sie auch länger. Nach knapp 5 Kilometern bin ich wieder unten und die Anzeige ist von 141 Kilometer auf 157 Kilometer hochgegangen. Also plus 16 Kilometer und noch von 48% auf 50% Füllstand. Ist doch wirklich der Wahnsinn, dass du beim Hybrid- und beim Elektroautofahren tatsächlich Reichweite zurückgewinnst, wenn du bremst und vor allem wenn du bergab fährst. Schon ein wahnsinns Vorteil, finde ich. So, ich hoffe, ihr konntet was Spannendes um die Elektromobilität erfahren. Und wenn ihr sie mal live erleben wollt, dann könnt ihr zum Beispiel eine 24-Stunden-Probefahrt mit dem Renault Zoe machen. Checkt auch renault.de slash e-autocomplete für weitere Infos. Bis dann. Das sind die之後. Vielen Dank.